was geht und zwar zeige ich euch die top 3 besten pen jobs fangen wir direkt mit top 3 an gehen wir direkt runter auf lackierung primärfarbe wählen daraus metallic auf und gehen auf bonbon rot nach dem auswählen gehen wir direkt runter auf die perleffekte wählen dann heißes pink aus und wie ich schon sieht man schon dieses pink herausstechen schon wieder hier haben wir wieder kurz raus hier dieses heiße pink wieder rausstechen und jetzt gibt es einen kurzen kappel nach so i keep a hundred rags inside my jeans i remember hitting them all with the whole team now a nigga can't as a cause cause i'm balling i was waking up getting racks in the morning i was broke now i'm rich these niggas salty all these designer on my body got me drip drip straight up by the yard jacks i'm a big creep if i got up on a lean i'm a sip sip i run the racks up with my queen like london and nip but i got rich on all these niggas i didn't forget back i had to go through the struggle i didn't forget that i had inside of the maybeck and now i can sit back the bitches know me now cause i got them big racks cause i'm getting money now i know you heard that young nigga on the corner bitch i had to serve crack i'm gonna find me some peace had they getting birds back übrigens lass gerne ein like kommentar da und jetzt geht es weiter mit top 2 unter unter lackierung wählen unter metalle primär metalle aus tun wir dann schwarz stahl draufsetzen machen kurzen glitsch habe ich eine infokarte markiert habe ich letztes video gezeigt kurzen switch machen hier wieder auf nummern schild ändern irgendwas gehen wieder auf lackierung primär haben dann auch perleffekte darunter wählen wir jetzt heißes pink aus hier sehen schon mal wie es geiles herausstechen damit könnte viel geiler flex und erlaubi gehen wir kurz raus diese diesen paint job habe ich fast auf fast jeden fahrzeug drauf also auf vielen fahrzeugen man sieht schon richtig geiles perleffekt rausstechen hier und jetzt gibt es wieder einen karpon dazu gehen wir mal wieder auf jeden fall ich bin wittin' so long rauskies lurten Tommy been going for so long und ich promise imma do das shit for us just hold on 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 und die tele sippin handy und i got my robe on und die know i'm throwin' bullets till da opps a golung Jetzt kommen wir zu Top 1, meiner Meinung nach das Beste was wir machen können mit der Kombination. Jetzt gehen wir auf Lackierung, wählen matt aus, matt schwarz, gehen dann wieder auf Metallic, machen kurz einen Miniglitch, switchen, nur manche einfach kurz ändern, machen Lackierung, Primärfarbe und Perleffekt, gehen runter auf Ultrablau und wie ihr schon sehen könnt, Ultrablau ist eigentlich einer der krassesten, was rauspehrt, ist zu krass wie die Farbe raussticht, verlassen konnte aber direkt LS Custom. Und jetzt tausend mal wie krass die Farbe rauspehrt, alle wünsche ich Fragen die ich gemacht habe, ist zu krass die Farbe und jetzt kommt ein kurzes Carpon dazu. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bitte kommentiert was, weil sehr wichtig, ich schaue gerne in die Kommentare rein und sagt auch was ich besser machen kann und wie es mir gefallen hat und ja, dann bis nächstes Mal.